hallo, wie hat es geschmeckt? hmmm aber auch längere Wusen hier heute jetzt nehmen wir Schmusen noch nicht mal gucken, die hatte ich glaube ich gewissen unten irgendwo ein bisschen nah geknackt aber jetzt sehe ich mal naja, da ist doch noch eine große Störgerung, da macht die wahrscheinlich nichts